Hi meine lieben Freunde der Leistenunterhaltung und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Super Mario Maker 2. Wir kommen voran und machen neue Aufgaben bei dem lieben Tod. Nachdem der Thunder das letzte Level so phänomenal abgeschlossen hat, was bestimmt dein Lieblingslevel war, machen wir nun weiter mit dem nächsten Level hier. Und das sieht lol aus. Oh nein, nicht so die Hurensohn Sonne. Was mag nen Soundtrack? So ne Fekte müssen aus dem nix an auf einen loszugehen. was hast du jetzt ein meter folie gab es einfach ein checkpoint was musst du ja ich es heißt drauf aber genüsslich wie immer du scheiß drauf ja aber dass da will hallo huren spaß das lachen wird das so noch bald bei jemals ja geweckt wie keiner mag das immer noch nicht ich mag ihn mario ist besser nein doch weil es heißt sami mario nicht sami luiz hier das bild ist auch nicht ohne grund was form hallo was mein bisschen jetzt nur nach wie sie macht man kinder wie sie macht uns alle wieder hier in der tat ist noch nicht mehr doch am obten zimmer noch nicht so bisschen der komische verbumselt Und das wegen dem WOW ist der dummste. Was? Das ist deswegen. Nee. Doch. Das ist doch erst dahinter. Was? All diese Huren so in Sonne. Oh ja. Gleich wird die Sonne kommen. Das wird sehr schön sein. Lachst du hier übermess? Was? Also wenn es alle aus dem Vorderanfangen muss. Ja. 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 Ähm. Und Spast. Kann ich meine Jacke ausziehen? Äh ne. weißt du so hast er hat aber doch nicht die hatten halber das kohle steht da unten drunter das coole ist in dem es wechselt farben alter sind voll spasten sonne erzieht ja es ist doch schon eine jacke meines ist sie doch auch schon kopf dazu dass alle man zieht die alles durch die testes aus zu werden gesäßt wenn du es weiter nervt ich würde sehen sonst das blitz auf der welt stören alle kinder das heißt eigentlich nur ich will du mal lieber hier als du mal reden zu spüren hey der herr sexuelle belästigung scheint oder schau mal was passiert wegen dir ich habe jetzt bei dem es wieder Die Sonne ist richtig komisch, also geht sie direkt auf einen zu, was macht sie aber auch gefühlt gar nix! Sieht doch einfach ein anderes Zeichwort an Pro, das geht nicht mit dem Green Screen. Nee, man sieht da die Hälfte Durst, das ist beschissen. Das ist so. Nee, gleich hockst du in der Milch und dann sieht man das wieder komplett. Einfach mit deinem Gehirnzell, die du noch hast, nachdenken. Das tue ich und ich hätte es nicht gestört. Dann, ich dränge es sich aber gerade nicht wirklich an mit dem, äh, eine Gehirnzell nachdenken. Komm runter! Was zum? Ich bin doch da oben drauf gesprungen! Ja, und jetzt muss ich wieder, ähm, ja, Spaß haben. Ich mag mein Gehirnzell. Lässt du bitte mal ne Jack in Ruhe? Ey, sexuelle Belästigung! Du bist Bastensohn! Schau mal! Du ist Bastensohn! Ist Bastensohn! Ja! Lass mein T-Shirt, das ist um mein Körper! Da, guck! Du Monster! Du willst mich verarschen! Nee! Wo gehst du hin? Ganz weit weg! Äh, gib mir kurz kacken! Taps! Naja, komm in, taps! Taps, ne strasch! Du bist überhaupt nicht an. Taps! Taps, ne strasch! Taps, ne strasch! Taps! Du bist bekannt geworden. Taps! Taps, ne strasch! 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 Wollt ihr blieb? Was ? Dann meckerst er über mich? Willst du mich ganz verschwinden lassen? Au! Hallo! Hallo! Wenn ich mich an das schaue... Das ist ein Scheiß! Hallo! Oh, das Ding stinkt! Oh, ne! Sieht doch so geil aus, ne? Schmuck aus! Wieso? Spaß! Gamer-Coach, du hast mich abgelenkt! Ja, 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 sonst alle immer und dann ist unser Swagger! Alles verkennt ihr? Ja, ja, sonst immer, ja, das ist Wanger! Vor allem du! Oh, willst du das so genau wissen? Ich hab'n Femklaas! Ih, ein Spanner! Haha, ne! Oh, ne! Das ist wahrhaft nicht, ja, voll! Ja! Na, na, na! Hier, jetzt bist du wieder dran! Wenn du bist wieder dran! Wenn du bist wieder dran! Uff! Das ist ein... Wie? Was denn? Was denn supple 0! Ich spiele nur ein bisschen mit meinenrändern rum! Warte, darf ich? Jetzt darfst du einfach rum... das macht es nicht nichts ich bin nicht und müssen sonst passt auch nicht nicht mehr dann haben alle nie das ist all die noch werden aber ich habe mich an die jenis gut es heißt ja nicht immer aber hängt Du hast immer noch nix von deinem Bier getrunken. Ich hab's einfach sehen lassen, als gestern. Alter Huren spasst, Fizz. Äh, ever? Nein! Ich sag's jetzt, dass man das Level auch als kleiner David beenden kann. Huren spasti. LOL. Das war ja voll leicht. Ne, das war voll fair, hast doch gesehen. Siehste, so hat man Skill. So macht man Level schnell. Die T-Shirts sind schon schön. Diese Fäschel ist mit dem Green Spray. Aber hey, wir haben schon 80% des Schlosses. Also langsam merkt man, da fehlt nicht mal viel. Ranken in der Luft, das macht... Mach ich jetzt wieder? Und danach machst du wieder. Und das hat's nie. Ne, mach du. So? Yes. Und das macht's... ... ... ... der gedeutelte und vielleicht ist ja Das war vorher zu sehen, dass der da runterfällt. Was wird das jetzt mal was hier? Was wird das jetzt mal was zu springen? Ich denke, ich sehe auch nur so WTF, tu es hier. Hurenspaß! Ja, du bist ja auch nicht besser. Ja, hey, ich spiele hier gerade. Sag der Richtige. Der war es. Immer als ich gespielt habe, hast du es auch gemacht. Ja, weil du verreckt bist. Nein, ich bin da nachverreckt. Oh ja, der geht zeitlos. Schlau. Fische fliegen vom Himmel. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Wo ist es in meiner Mütze? In deinem Panus. Nee. Nee. Ich glaube, da ist eher meine drin. Connie Been ist dort. Deine. Mein ist dort. Ich weiß nicht mehr. ja genau ist klar ja man sieht halt überhaupt nicht was hier als nächstes kommen könnte was kann ich denn dagegen tun ganz vieles nicht sterben oh tot tot so wenn ich sitze da verrägte dann bist du dran sag mal wie du dich hier anstellst ist doch viel leichter aber die verpiss dich doch seit einer Zeit schau mal wie kann man so schlecht sein ja was weiß ich hier ich bin doch eigentlich auf die drauf gesprungen Hacker Erfolg Defendis ja ist klar du darfst am spaß haben du darfst am spaß haben ich bin schnell ich verpiss es leider seit die Wolke ne Ciao Tempiert, kann das hier das nächste level machst du ja klar machen wir das nächste level dann kommen wieder die pro-gamer ahahaha Spasti du meinst ja typ wo ein T-Shirt kommt, ob das Durst ist dick ist Hauptgebäude ist weiß nicht so obergesorst ist fertig. Geil Aber das nächste Level sehen wir erst im nächsten Part Nö Doch Ok Ich hoffe es hat euch gefallen Ciao 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 Ciao